Das gab es noch nie in FC24 oder irgendeinem anderen FIFA-Teil. Es sind hervorragende Nachrichten für alle, die Packs aufgespart haben. Allerdings könnte das Ganze auch einen riesengroßen Haken haben. Servus, Grüße und Hallo zum weiteren Video. Würde mich freuen, wenn du schon mal einen Daumen nach oben gibst. 100 Likes ist immer so eine tolle Motivation, hier dran zu bleiben mit den täglichen Videos. Ja, es wurde heute ja bekannt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, das Totti Voting startet bereits und wir bekommen zwei Teams zum Team of the Year. Team of the Year ist ja immer das beliebteste oder das mächtigste Event, sage ich mal, des FC24 FIFA Circles. Und diesmal ist es erstmalig so, dass wir ja Frauen im Spiel haben und somit wird es natürlich auch entsprechend gefeiert. Wir bekommen sowohl das jährliche Männer-Totti mit Mbappé, wahrscheinlich ist drin, Haaland, Bellingham. Wer ist denn eigentlich euer Favorit für die Stürmer? Ich sage jetzt mal, Haaland ist klar, Mbappé müsste klar sein, aber wer wäre Nummer 3? Gerne mal in die Kommentare schreiben und bei den Frauen dann wird es ein zweites Team auch geben. Einziger Haken, den ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die Teams nicht zeitgleich kommen. Dass erst das Team of the Year der Frauen kommt und dann das Team of the Year der Männer. Sollte das allerdings nicht so sein, also dieser kleine Haken, den ich anfangs gemeint habe, oder große Haken und wir bekommen das Team of the Week der Männer, der Frauen und die Totti Honorable Mentions zusammen in die Packs. Dann sage ich jedem hier, riesengroßes Herz, ganz viel Packlack, denn alle, die die Packs aufgespart haben, werden hoffentlich dann richtig gute Puls haben. Alle anderen, so wie ich, wir bekommen ja sowieso durch den täglichen Grind, durch den täglichen Content mit den Liegen-SBCs, den Season Pass und so weiter, sehr, sehr gute Packs und auch für uns sollte da der ein oder andere Totti rausspringen. Hoffe ich zumindest. Bundesliga-Totti sehe ich dieses Jahr irgendwie leider nicht. Harry Kane könnte es irgendwie so machen, ja, in die Front Street, da vorne zu Mbappé und Haaland. Aber da ist natürlich auch noch Messi mit dem Spiel und wie sie alle heißen. Bin gespannt, wie das dann sein wird. Und Futonk hat es ja auch hier nochmal schön zusammengefasst. Das Voting startet am Montag, also nächsten Montag. Das ist dann nicht der 9. Januar, das ist der 8. Januar. Und ihr könnt dann abstimmen, was die besten Karten des Jahres waren. Jeder darf dann sein Totti wählen. Und das Totti wird dann, wie hier vom Sheriff von den Ligern, natürlich alles wieder unter Vorbehalt. Ihr wisst es, es kann sich immer noch spontan ändern. Aber so wie es jetzt aussieht und so wie die Meldungen reinkommen, können wir von Voting am Montag ausgehen, komplettes Totti voten. Dann wird zuerst, glaube ich, die Abwehr kommen. Oder kommen zuerst die Angreifer. Auf jeden Fall wird es mit den Positionen dann gestartet. Also entweder es kommt zuerst die Angreifer, dann kommt das Mittelfeld, dann kommt die Abwehr. Jetzt habe ich es wieder. Und dann kommt das komplette Totti ins Team. Also wenn ihr Packs aufspart, wartet bitte, bis alle zusammen im Team sind. Und dann hoffentlich Männer und Frauen gemeinsam. Bin ich gespannt. Bei den Frauenkarten, die sind doch sehr beliebt. Da werden wir wahrscheinlich ein ganzes Barcelona-Team sehen, weil das ja auch mit, ja so gefühlt, mit Puteas, Bonmati und so weiter, mit Hansen sehr, sehr krasse, beliebte Karten sind, die mega häufig in der WC-Liga anzutreffen sind. Und so gehe ich auch mal davon aus, dass ich die Teams auch bauen werde. Wie jedes Jahr, das war es zum Totti. Ich freue mich mega, dass das Totti kommt. Aber es kommt noch was vom Totti. Feuer und Eis. Ich habe mich da ja letzte Woche kurz verrannt, im Labyrinth des ganzen Contents, der übrigens hervorragend ist von EA. Nur weil ich manchmal über das Menü schimpfe, heißt das nicht, dass ich den Content nicht auch genieße. Ich war letztes Jahr nur im Trading-Bereich. Ich habe getradet, getradet, getradet. Und dieses Jahr genieße ich es komplett, dieses ganze Crafting auch zu machen. Es ist sehr entspannt, wenn das Menü gut ist. Und EA liefert da echt sehr gute Anreize, mega viele tolle Karten zu bekommen für sehr wenige Coins. Also wenn man halt das craften kann. Also auf jeden Fall kommt dann nächsten Freitag, so wie gehe ich jetzt mal davon aus, Feuer und Eis. Neymar haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Feuer und Eis sind Karten, ja, die werden zwei Versionen haben. Neymar wird einmal hier zum Beispiel mit Passen 88 schießen, 92 Schnelligkeit 88, Passen 92, Pardon. Oder hier mit Immensen Pace und mit Immensen Dribbling Boost. Also eine von beiden Karten. Ich glaube, für den Flügel wird man die nehmen. Fürs Zentrum dann den Neymar in Feuer. Und so bekommt jede Karte, so wenn es so ist wie letztes Jahr, zwei Versionen. Hier hat auch Rumänia das nochmal gepostet. Also letzte Woche haben sie ja auch ein paar so Brotkrumen gestreut gehabt. Haben wir natürlich erfolgreich alles rausgelesen. Somit können wir davon ausgehen, dass Neymar der Headliner ist. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er ein höheres Rating hat wie sein Thunderstruck. Außer ich brauche die Karte wirklich so stark, um die Promo zu pushen. Das kann sein. Ich würde ihn eher unter der Thunderstruck ansiedeln, was immer noch eine immens krasse Karte ist. Und die Thunderstruck ist jetzt nicht unbedingt günstig. Okay. Dann Kammer Winger wurde auch bestätigt, von Sheriff, dass er dabei sein sollte. Endlich mal eine Spezialkarte. Das dynamische Bild auf diesem krassen Kartendesign fühle ich schon wieder komplett. Sehr, sehr cool. Mega Win von EA. Wir schauen uns auch gleich noch den heutigen Content an. Außerdem, Moin Wingson. Gut, da hätte ich jetzt nicht unbedingt nochmal eine Spezialkarte gebraucht für ihn, weil wir schon sehr, sehr viele haben. Dennoch freut man sich, wenn er beispielsweise jetzt Finesse Plus bekommen würde, diese Karte zu haben. Bei Kammer Winger ist es so. Ein absolut krasser Allrounder. Bisschen mehr Pacer. Man könnte auch Linksverteidiger spielen. So, wenn er kommt, wäre er wie so seine Evolutions, die auch sehr, sehr gut sind. Die kann man ja auch auf 5,5 hochleveln. Mal schauen, wie es dann wirklich wird. Bevor wir auf die Konsole gehen, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, weil immer wieder Fragen kommen, wie kann man jetzt craften? Was mache ich hier? So crafte ich derzeit den FC24. Gestern haben wir wieder 80 Plus Picks bekommen. Schritt Nummer 1, ich hole mir alle Bronze, Silber und Gold Upgrades des Tages ab und öffne dann noch nicht die Packs. Schritt Nummer 2, ich erledige meine Aufgaben, 3 Spiele am Tag, ich schaue was im Season Pass zu holen, jetzt holen wir die Erfahrungspunkte. Schritt Nummer 3, ich öffne alle Packs. Ja, alle Packs, auch die Energizer Packs sind heute auch wieder gekommen und alles, was nicht für die Ligen-SPCs brauchbar ist, also alles, was nicht zu den Ligen, schaut euch gerne das Ligen-SPC-Tutorial von vorgestern nochmal an, packe ich in die 80 Plus Picks. Alles, was unter 81 ist und nicht in die Ligen-SPC passt, geht wieder in die Picks. Alles, was 82, 83 oder 84 ist, packe ich in die Team of the Week Upgrades und die 3x85 mal 2 wiederholbaren Dinge da. Und alles, was drüber ist, geht in meine Wunschspieler. Heute habe ich Eusebio angefangen, ich lasse mir diesmal allerdings Zeit, mal schauen, wie lang es dauern wird. Der Markt steht übrigens krass. Ja, die SBCs sind sehr, sehr günstig, Eusebio 2 Millionen, Mbp 4 Millionen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist perfekt, 83er bei 800, 84er bei 1,8, 85er bei 4K. Wenn ihr jetzt die Listen am Wochenende geholt habt, bitte geht es mal durch, passt die Preise zu den aktuellen Marktwerten an. Es ist leider manchmal so, dass man ab und zu mal nicht den optimalen Preis erwischt, das holt man aber mit überteuert Verkaufen ganz schnell wieder rein. Schlecht wäre jetzt, wenn du auf Teufel komm raus versuchst, die Preise durchzuziehen. Bitte geh einmal durch deine Liste durch, ich zeige euch gleich noch meine Verkäufe und stell dir die 84er plus 1K, also dann bei 2,8, 3,2, 3,2K oder so, 85er bei 5,2K, 86er bei 7,5, 8,5K, so in den Dreh und dann bei den 87er kriegst du unter 10K. Das ist wahnsinnig cool, super Preise, kann man sich eine tolle IV-Liste bauen für sehr wenige Coins. Hier nochmal die komplette Übersicht aus dem Video von Samstag, nein Sonntag war es, Entschuldigung, gerne nochmal zurück, zwei Videos, hier nochmal die Karten, könnt ihr euch alle mitnehmen mit dem passenden Chemistry Style, ich mache noch kurz die Kamera weg, wenn ihr da könnt, ihr könnt einen Screenshot machen oder ihr schaut es bei MMTV vorbei, die hat das dann auch zur Verfügung gestellt. Gut, jetzt heutiger Content, der war sehr, sehr krass. Die Energizer Packs waren da, alle, die die Tagesanwendungs-Upgrade einmal verschlafen haben, GG von EA, oder GG on EA, ihr könnt es jetzt nochmal nachholen, heutiger Content ist von der Elfenbeinküste, Spaß, aus Irland, Roy Keane als Linksverteidiger. Ja, er ist nicht teuer, 86er Team, 85er Team, 84er Team und den Stats her, 3-3 Verteidigungsraten, hoch, das ist okay, viele Alternativpositionen, was ein Win ist, Stats, 93er Ruhewert, Aggressivität 92, ja, müsste man halt dann im Mittelfeld spielen, sehr, sehr günstig, Defensiv hat auf jeden Fall Grätsche, das passt zu ihm, kein Tee und Abfangen und er hat Ruhe wohl, das ist auch ein sehr, sehr cooler Wert für einen Defensiven, genauso wie unerbitterlich. Ja, all in all, wenn er so ein 6er suchbar rübergegen und nicht gerade weiß, wen er nehmen soll, er kann den mal testen, das ist nicht teuer, aber, ja, hätte man sich irgendwie dann auch mehr erhofft am Dienstag, aber ich kann mir das schon so vorstellen, dass ihr jetzt den Content wieder langsam runterfeiert, das sieht man auch an den Informs, die werden günstiger und dann nächsten Freitag wieder richtig nochmal vom Totti nochmal die Hype-Welle losdrückt und dann freue ich mich auch schon auf die ganzen, auf die Pre-Season Totti, ihr wisst es, da kann man sich viele Packs dann schon erspielen, schon ergrinden über SPCs und da wird dann auch Trading noch viel besser laufen und wir werden so viele coole Packs vorbereiten können noch zusätzlich, wenn jetzt jemand noch keine Packs vorbereitet hat, kann da auch noch ein bisschen was machen. Meine Verkäufe seit gestern, trotzdem, dass ich keine Preise angepasst habe, sind da einige coole Karten dabei, schaut sich wieder bevorzugt wie immer meine Verkäufe an, hier Goldkarten von der Goldkartenliste, Spezialkarten von der Spezialkartenliste, die anderen Karten muss ich, wie ich euch gerade empfohlen habe, preislich mal anpassen und so hat man dann einfach immer so 27 Verkäufe seit gestern Abend, sind locker 50.000 Münzen, für das, dass ich jetzt heute einfach überhaupt keine Zeit hatte, irgendwas auf der Lüste zu machen, hätte ich nachgekauft und Preise angepasst, wäre ich locker über 100k gewesen und das glaube ich könnt ihr auch sehr, sehr einfach schaffen. Bitte nur dranbleiben, wenn sich meine Karte nicht verkauft, passt die Preise an, bleibt es geduldig, es haben noch sehr, sehr viele darunter gesagt, es funktioniert bei mir gar nicht, dann ein paar Wochen später, wären sie ganz dabei geblieben, mittlerweile können sie sich die Coins beliebig vermehren, da kann jeder hin. Ich bedanke mich für den tollen Support auf dem Kanal aktuell, schön, dass ihr da seid, gerne noch einen Kommentar lassen, wer es nicht getan hat, das Video liken, das hilft mir immer sehr, bis morgen im Live, so ab 15.30 Uhr und abends gibt es dann wieder das nächste Video, Peace out.